Willkommen zurück bei Let's Play Portland. Ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr geraten. Wollen wir mal loslegen erstmal. So, auf zum nächsten Test. Naja, die Folge wurde vor Silvester aufgenommen, aber trotzdem. Ich wünsche euch schon mal ein frohes neues Jahr. Nachtregel. Ich hoffe ihr habt keine Bälle abbekommen. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen ihnen viel Glück. Zur eigenen Sicherheit zerstören sie keine Testapparate. Da bist du. Wow. Jetzt kommt wirklich gute Rätsel dran. Ja. Gute Rätsel. Einfach. So. Hallo. Wer bist du? Noch jemand da? Bitte lass mich runter. Suche. ... ... Was? ... ... Sie verloren. Nicht. So. Zack, zack. Suche. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Suche. Sie verloren. Sie verloren. Getroffen! Yeah! Dein Versuch! Aktiviert. Suche. Hummel. Ich bin hier nicht böse. Was ist das denn für ein Raum? Ui. Ich glaube, es sind ein paar Wesen, die überleben wollen. Und das doch nicht geschafft haben. Naja... Das ist halt... Ah, nein. Naja... Ah, nein... Wier da! Da bist du... Sie verloren! ich oh verzeih ich dich nicht suche ich will runter zu nichts ich verzeih dir ich finde ich sie so nett und wir verzeihen wenigstens bleh fern fern suche fern fern wer da noch jemand da hallo schlafmodus was soll das gute nacht aah ich bin's suche sch dumme du bist ich hasse dich nicht sie nehmen dich Freunde und danach sie schießt sie die so ab fern freu ich mich ko wirst nicht schläfchen hee oooh fahrer runter Was soll das? Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androiden-Hölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Och. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiter-Kubus in 3, 2, 1. Der gewichtete Begleiter-Kubus beleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass... Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, sprechen mit lieblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter-Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht brechen kann. Ach, ernsthaft? Ist es wirklich zu ernst? So, weiter geht's. Äh, das war... Äh, das war... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, wir machen das gleich. Ah stimmt. So. Jetzt müssen wir es verschieben. So. Jetzt geht es so lang. Jetzt müssen wir es schieben. Dort. Dort kommt es an. Was kommt da so an? Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus denn noch sprechen, empfehlen wir dringend seinen Rat zu ignorieren. So. Port ein bisschen mehr. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt müssen wir nämlich genau timen. Gut, das ist schon aktiviert. Sehr gut. So, du kommst mit. Hi. Hi. Sorry. Komm. Löffel springen. Löffel springen. Kubus wird nehmen. Löffel springen. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science, Intelligenznotverbrennungsanlage. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's für diesen Part. Ich hoffe, da hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.